Musik Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schuhplus-Teleshop. Schön, dass Sie wieder da sind. Kathrin, schön, dass du auch wieder da bist. Richtig schön, ich freue mich wirklich darüber. Ich freue mich schon den ganzen Tag heute, weil ich weiß, dass du heute hier bist. Das ist ein Ding, ne? So, und das Schöne ist, ich wusste natürlich, dass du was richtig Tolles heute im Gepäck hast. Nämlich ganz tolle Ballerinas, nämlich von Remonte. Ja, und da freue ich mich besonders, dass wir die heute präsentieren. Denn wir waren ja, wer sich vielleicht erinnert, neulich mal bei 123TV im, ups. Im Fernsehen. Im Fernsehen drin. Und da habe ich diese Ballerinen hier vorgeführt und die gingen weg wie warme Semmeln. Kann man nicht anders sagen. Wir haben zum Glück selber für uns noch einen kleinen Bestand selber reservieren können, weil wir natürlich wussten, wenn wir jetzt damit im Frühjahr-Sommer starten, das wird durchgehen wie geschnitten Pudding, hätte ich fast gesagt. Das heißt anders, ne? Durch die Decke. Geschnitten Brot, ne? Geschnitten Brot war es, nicht geschnitten Pudding. Schöne, richtig wunderschöne, ganz tolle Modelle von Remonte. Eine absolute Qualitätsmarke, die wirklich richtig traumhafte Qualitätsschuhe herstellt. Und heute jetzt mit Artikel Nummer 20, 615, zum Preis von 64,16 Euro. Eine ganz tolle Ballerina in Schwarz, zum Preis, hatte ich gerade gesagt. Der hat alles, dieser Schuh. Also wir haben hier Gummi, das heißt als Schlupfschuh einen super bequemen Einstieg. An den Seiten, alles wunderbar dehnbar. Wir haben hier, vielleicht kann man das sehen, wenn der Johannes mal rein filmt, auch hier überall wunderbar flexibel. Genau, und du hast im Vorfeld auch gesagt, dass gerade die Kunden, das war jetzt bei 1, 2, 3 TV so, aber auch bei uns, dass sie diese Modelle besonders lieben, gerade für all diejenigen, die ein Halux halt haben. Die also Problemfüße halt haben, weil das kannst du mal richtig zeigen. Also man kann wirklich, also da kann man einiges an Halux quasi mitbringen sozusagen. Also es ist wirklich sehr, sehr dehnfähig. Das können wir vielleicht mal bei dem Modell, ich glaube gar nicht, ob man das mit der Kamera sehen kann, weiß ich gar nicht, werden wir gleich mal sehen. Dann nehmen wir das andere. Vielleicht nehmen wir das Modell jetzt mal gerade so in Weiß. Das ist zum Beispiel da besonders schön. Da kann man es ganz, ganz deutlich sehen. Und schon wechseln wir jetzt auch quasi die Grafik, das Modell in Weiß übrigens dann auch mit der Artikelnummer 20616. Preis auch da 64,16 Euro. Und auch da in den größten Läufen von 42 bis 45. Und Katrin, abgesehen jetzt mal von dem schwarzen Modell, was wir jetzt gerade halt hier hatten, auch das ist ja wirklich echt mega auffällig. Also das ist durch dieses Glitzernde, sieht das ja richtig geil aus. Genau, wollte ich gerade sagen. Der ist nicht nur weiß, der hat auch so ein paar Glitzerelemente. Und wenn man hier damit in der Sonne spazieren geht, ist das nicht ein Highlight. Wirklich toll. Also da kommt wirklich, da trifft Funktionalität, Komfort und Design bilden wirklich eine unverkennbare Einheit. Das Modell ist sehr, sehr beweglich, wie man auch sieht. Es ist sehr leicht, es ist ein sehr, sehr leichter Schuh. Und gerade die Sohle hat noch eine besondere Funktion, nämlich der Ablauf ist dort besonders schön. Und gerade auch im Innenbereich, wir haben nämlich hier auch, das muss man immer unbedingt erwähnen, ein Wechselfußbett. Richtig, das ist ja bekannt auch von Remonte. Hier haben wir erstmal, bevor wir dann wechseln, sollten Sie diese unbedingt ausprobieren. Denn Remonte hat ganz tolle Sohlen hier drin. Man sieht es ganz deutlich, Armfersenbereich ist es hier abgesetzt. Das heißt nochmal ganz besonders stoßgefedert. Genauso wie vorne im Zehenbereich, also sogar mit Lüftung, besser geht es gar nicht. Absolut. Das ist die sogenannte Light & Soft Kollektion. Das müssen wir an dieser Stelle nochmal erwähnen. Steht also dafür, dass diese Modelle, wie ich das schon sagte, besonders leicht sind, besonders angenehm weich sind. Und das Widerspiegelnde, gerade natürlich mit der Material-Oberschicht, was wir hier vorne haben, dass durch diese textile Struktur es dann auch sehr dehnbar ist. Und man sich auch damit absolut, gerade bei den warmen Temperaturen, dass man sich nicht eingeengt fühlt und somit wirklich im Sommer durchstarten kann. Ob jetzt in weiß oder jetzt springen wir mal eine Farbe weiter. Katrin hat es schon in ihren Händen, das Modell in blau mit der Artikelnummer 20616. Ebenfalls dann von 42 bis 45, aber auch da wirklich super schön durchdacht der Schlupfschuh. Ja, was wir unbedingt noch erwähnen müssen ist, die sind ja richtig schön luftig. Also das ist wirklich hier so ein bisschen, ich glaube man kann das jetzt, also sie müssen die schon kaufen und das erleben. Man kann das nicht so gut sehen jetzt gerade. Sehr schön, ein Traum. Also bei diesem Ballerina haben wir hier sogar noch einen Klettverschluss, der ist verstellbar. Also wer jetzt am Abend so ein bisschen dickere Füße kriegt, der kann sich das auch ein bisschen lockerer stellen. Aber wie man hier ja auch sieht, ein extra Stilelement mit einem Silberstreifen. Richtig schick gestaltet, muss man ja wirklich sagen, gerade dieser Silberstreifen, der kommt natürlich besonders deutlich hervor. Und dieses Modell ist übrigens in einer bequemen Weite dann auch zu haben. Das hat man ja bei den ersten beiden Modellen sehr schön gesehen. Aber wenn man auch sagt, ja, ich habe schon eine bequeme Weite, aber manchmal geht es schon ein bisschen dann noch breiter. Dann ist natürlich gerade halt dieser Klettverschluss sehr schön für den leichten Einstieg. Richtig tolles Modell. Und durch diese textile Struktur, das hat man dann auch, schwupps, bei dem Modell natürlich dann auch in grün mit der Artikelnummer 20618. Auch da sorgt natürlich das Material, dieser Textilstoff dafür, dass auch eine gute Luftzirkulation gegeben ist, Kathrin. Absolut. Also ich bin begeistert. Wie gesagt, ich habe den schon getragen. Ich habe Kai gefragt, darf ich den gleich mitnehmen? Durfte ich nicht. Schade. In seiner liebenswerten Art, hat er das dann gesagt. Ein Traum. Darf ich den haben? Nein. Nein, geh weg. Aber die sind wirklich. Kann ich empfehlen, empfehlen, empfehlen. Meine Damen, Remonte. Wirklich. Oder wie Norman sagt, von 123TV, Remote. Remote. Das schöne Modell von Remote. Wir haben ihn auf unsere freundliche Art und Weise daraufhin ein wenig korrigiert. Und gesagt, Remote sagt man dann eher so quasi südländisch, fand ich sozusagen von Bayern gesehen. Was man bei dem Modell jetzt hier vorne dann auch hat, vielleicht können wir das noch einmal ganz kurz eben zeigen. Wir haben es ja schon angesprochen wegen der Sohle. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt so sehen können. Ich drücke jetzt mal wirklich mit meinem dicken Finger hier rein. Und ja doch, man sieht es auch. Man sieht richtig, wie eine Mulde dort gebildet wird. Siehst du das da vorne, Katrin? Ja. Das ist richtig schön. Also da merkt man dann auch, wenn ich jetzt wirklich den entsprechenden Druck halt habe vom Laufen. So, jetzt nehme ich mal meine Finger weg. Da sieht man wirklich, wie die Einkerbungen hier innen drin dann auch entstehen. Sorgt also auch dafür für eine herausragende Ergummie, dass also das Modell sich einfach auch dem Fuß perfekt anpasst und dadurch auch besonders auch einen schonenden Halt gibt. Also wirklich ganz tolle Modelle. Und man muss ja sagen, mit einem Schuh von Remonte, ja, da macht man einfach nichts falsch. Nein, niemals. Das Qualitätsprodukt, das haben wir seit so vielen Jahren schon bei uns gehört. Auch zu den beliebtesten Marken, die wir bei uns bei Schuhplus halt haben. Und damit gerade jetzt auch bei diesen Modellen macht man für Frühjahr, Sommer nie etwas falsch. Haben wir noch mehr von Remonte? Jupp, sowas von. Bei uns natürlich im Webshop auf schuhplus.com und dort in den Kategorien Marken Remonte. Und ich sage es mir immer wieder, anschnallen. Also was wir dort haben, das ist wirklich gewaltig. Das geht natürlich dann durch alle Schuharten durch. die es dann wirklich so gibt und die man dann im Leben so tragen kann und genießen kann. Katrin, ich habe es genossen, dass du hier warst. Glaubst du mir das? Ja, absolut. Absolut, weil es war auch die Wahrheit. Und genossen habe ich auch die tollen Modelle, die du mitgebracht hast. Und wie gesagt, zuschlagen, zupacken heißt es jetzt. In allen Farben. In allen Farben. Und wenn man sich nicht entscheiden kann, alle nehmen, logischerweise. So, in dem Sinne, das soll es von uns gewesen sein. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.